Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe mal als Übergang eine FZ-57 gekauft und an der muss ich jetzt erst mal basteln. Wir gehen jetzt runter in den Hof und da werde ich die Verkleidung erst einmal abbauen, weil der Auspuff muss raus, der Auspuff muss geschweißt werden. Das Ding ist einfach nur laut, ekelhaft, kein Klang, gar nichts und solange der nicht geschweißt ist, macht es auch keinen Spaß mit dem Gerät zu fahren. Gut, gehen wir runter, schauen wir sie uns an. Da haben wir meine kleine Bitch. Eine schöne uralte Matz Baujahr 88 oder Erstzulassung 88. Ja, die hat schon einiges hinter sich. Und jetzt hört es euch das erst einmal an. Es ist furchtbar. Hier jetzt erstmal schönen Schatten. Ja, in der Sonne darf er regst, ja. Ich werde jetzt hier diese unteren Verkleidungen wegmachen, links, rechts, um zu sehen, wie ich dann den Auspuff ganz genau weg bekomme. Aber rein theoretisch sind das bloß vorne pro Krümmerrohr, zwei Schrauben, zwei Muttern, da hinten eine und vielleicht unten drunter. Das muss ich nachher gucken. Ja, was muss ansonsten eventuell noch gemacht werden an dem Teil? Neuer Kettensatz drauf. Das lasse ich aber wenn, dann machen. Und eventuell noch die Vergasergeschichte, die Vergaser neu einstellen, synchronisieren, mal einstellen lassen, halt gescheit und Ventile einstellen lassen. Ja, aber da ich eben hier keine Garage, nichts mehr zur Verfügung habe, werde ich das alles wahrscheinlich machen lassen. Blöd. Vielleicht kriege ich ja irgendwann einmal wieder die Möglichkeit, in einer Halle, Garage, was weiß ich, nicht zu schrauben. Aber im Moment, ja, gibt es halt Street Videos. Ist so. Gut, ich schraube das Ganze jetzt einmal weg und dann gucken wir weiter. Also Verkleidung ist weg, die ist wirklich in einem desolaten Zustand. Muss ich echt überlegen, ob ich mir nicht Verkleidungsteile suche und mir da noch was zulege, weil hier das Ding ist auch komplett zerbröselt. Alles irgendwie Samtspacks gewesen. Tja, jetzt schmeiße ich sie noch mal an und dann gucke ich mal, ob ich hier irgendwas erfüllen kann. Ja, genau hier. Genau hier dran, an dieser Verbindungsstelle. Ah, fuck. Da muss man schmeißen. Naja, komm, das Ding werde ich komplett rausreißen. Sind hier vorne dran die Schrauben. Hoffentlich kriege ich die alle auf. Und Dichtung habe ich eh schon neue bestellt. Mach ich das heute noch, weiß ich noch nicht. Ich werde auf alle Fälle mal gucken, ob ich die Schrauben lösen kann. Ja, das kann ich auf alle Fälle noch probieren. Zum Heulen, Leute. Da habe ich auch schon locker. Und der Überwurfring und der Überwurfring, jeweils die Inneren hängen jeweils an der Inneren oder am Inneren Stehbolzen fest und ich kriege die Scheiße nicht runter. Ich raste jetzt dann bald aus. Jetzt fahre ich an die Tankstelle und hole mal WD40, weil ich habe nicht einmal mehr an Rostlöser oder irgendwas hier. So, Leute. Stunden später, fünf Tankstellen später, habe ich mir ein Rostlöser organisiert. Auf der Seite ist der Ring schon ein klein bisschen weiter runtergekommen. Drüben leider erst ein bisschen wackelig. Die äußeren sind hier einwandfrei runtergegangen. Ich probel mal weiter. Ja, verdammt. Ja, da innen drin der Gammel, der Schmodder und deswegen ist es so fest gesessen. Na ja, mal gucken, ob ich nachher die Ringe runter kriege, weil dann kann ich das Loch noch ein bisschen nachbohren. Und ja, tja, aber nichtsdestotrotz ist hier drüben noch mal einer Scheiße. Auf. So, Freunde, vor lauter schnell schnell auf auf habe ich es gar nicht mehr gefilmt, wo ich das Ding endlich draußen hatte. Auspuff liegt hier neben mir in meinem Polochen und ich fahre jetzt zu meinem Bruder. Ja, mittlerweile haben wir schon viertel vor sieben. Alles sehr viel später geworden als eigentlich geplant. Naja, egal. Ich habe das Scheißteil draußen und fahre jetzt zum Schweißen. Weil, ja, da steht mein WIG-Schweißgerät. Da schweiße ich jetzt den Auspuff dann schnell. Vielleicht auch mit einem Schutzgas von denen. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Und morgen werde ich dann wieder das Ding einbauen. Naja gut, von der Schweißerei werde ich auf alle Fälle so ganz kurz noch mal mitfilmen. Bis nachher. So, das ist die Unterseite. Einfach hier jetzt ein Blech zuschneiden und reinbraten. Und von der anderen Seite sieht es noch übler aus. Da machen wir genau dasselbe. Und ja, fertig. Tja, da denkt man so für sich geiler Brenndorflauf. Richtig gut geworden. Und dann habe ich hier noch ein riesenfettes Loch reingebrannt. Aber ich denke das sollte jetzt soweit gut sein. Sollte dicht sein. Doppelt und dreifach gebraten. Gut, da kann ich jetzt noch ein klein bisschen drauf brutzeln. Und die andere Seite schauen wir uns dann auch noch gleich an. Tja, die Unterseite. Alles fertig verbraten. Seitlich nochmal gut nachgeschweißt. Wenn das nicht hält, dann hält gar nichts. Und ja, jetzt muss ich noch meinen Schweißerle wieder aufräumen. Ja, hoffentlich wird das, wenn ich es nächstes Mal brauche, nicht wieder so verschissen von den Schwalben. Naja, passiert. Gut, ich packe zusammen und fahre nach Hause. Also Leute, ich schraube jetzt den Auspuff ohne Verkleidung einmal bloß schnell rein. Hier sind noch so Dichtringe drin. Da habe ich neue bestellt. Die sollten morgen kommen. Die Löcher habe ich alle aufgefräst. Ja, hier sieht man noch die Späne. Beziehungsweise einmal mit dem Bohrer durchgefahren. Fertig. Und ja, wenn dann die Dichtung kommt und die Auspuffanlage da blasen sollte, kann ich die dann auch noch austauschen. Dann brauche ich nicht extra die Verkleidung wieder weg machen. Genau, so mache ich das jetzt. Leute, ich sage es euch, einen gefummelt die vier Rohre da reinzubringen. Ich hoffe, die passen jetzt soweit. Ja, vom Schweißen eventuell hat es ja ein klein bisschen auch noch verzogen. Aber ja, jetzt sind sie drin. Jetzt muss ich noch festziehen und dann lassen wir sie mal laufen. Wie vorher gesagt, ist sie oben noch undicht. Da kommen dann noch neue Dichtungen rein. Aber hört sich auf alle Fälle schon besser an. Also, das heißt, das Video geht noch weiter. Also, voller Euphorie mache ich mir jetzt erstmal ein Döschchen Red Bull auf. Ja, und dann erzähle ich erstmal. Gestern ja den Auspuff wieder rein gezimmert, Probefahrt und heute früh auch in die Arbeit gefahren. Und ja, gut, vorne an der Krümmer selber hat er noch ein bisschen geblasen. Neue Dichtungen habe ich da. Hier, vier Stück an der Zahl. A drei Euro, vier Euro Stück. Und ja, Zulassungsstelle war ich vorher auch. Und siehe da, ich darf mein Kennzeichen behalten. Tja, soll ich es jetzt zeigen oder nicht? Es steht auf alle Fälle auf dem Kennzeichen drauf, was für ein Motorrad das ist. Geil. Ja, also, Dichtungen. Ihr, die alten, habe ich schon rausgemacht. Die neuen kommen da einfach bloß so rein. Moment. Die kommen hier einfach bloß so rein. Dann hoffe ich, dass ich die irgendwie rein kriege, ohne dass sie nachher rausfallen. Wird ein richtiges Gepopel werden. Jetzt dann gleich. Aber hilft ja nichts. Da muss ich jetzt einmal durch. Und hoffe ich, dass ich das jetzt, ja, nachher dann relativ zügig alles soweit fertig kriege. Und dass es dann dicht ist. Ich gebe dann Bescheid. Tja, meine Lieben. Ein ganz klein bisschen bläst er noch, aber naja, das kann man jetzt erst einmal vernachlässigen. Erst einmal ordentlich gescheit heiß laufen lassen. Ich drehe jetzt eine Runde und hinterher ziehe die Schrauben, äh, die Muttern nochmal nach. Ja, und hoffe, dass der dann wirklich hundertprozentig dicht ist. Auf alle Fälle, so ist es angenehmer zu fahren. So kann ich fahren. Und, ja, als nächstes werde ich dann die Verkleidung wieder hinbauen. Aber heute nicht mehr. Jetzt will ich erst noch eine ganz schnelle Runde drehen. Ja. Hey ho. Weiter geht's mit der FZ 57. Ja, ein paar Kleinigkeiten. Oder eine Kleinigkeit muss ich noch machen. Ähm, dann mache ich die Verkleidung. Schau, dass ich die halbwegs stabil wieder hinkriege. Und, naja, dann möchte ich morgen eine schöne große Runde drehen. Was ich festgestellt habe, der Gaszug geht nicht ganz zurück. Ich muss immer zurückdrücken. Dann habe ich gesehen, dass hier die Schraube fehlt mit dem Blech. Da haben sie dann hier bloß Kabelbinder rein gezimmert. Und das kann nämlich schon der Grund sein für das Problem mit dem Gaszug. Ich habe mir jetzt hier, Moment, schon mal eine Schraube organisiert mit Beilagscheibe. Die drehe ich jetzt da unten rein. Ich hoffe, dass die Beilagscheibe da halbwegs drauf geht. Und, dass dann bis ich, mache ich nachher ohne Camp, bis das Blech gekommen ist. Das Blech gibt es noch. Das habe ich mal bestellt. Tja, und dann, Verkleidung ist hier unten. Das Zeug alles weggegammelt, weggefault, weggeschmolzen. Keine Ahnung. Da mache ich mal Lochblechstreifen. Links und rechts. Ja, und schraube die Verkleidung sonst komplett wieder fest. Und da hinten liegt sie. Tja, und dann schauen wir mal, ob ich das heute nicht alles fertig kriege. Hoffe ich doch zumindest. Ich möchte morgen fahren. So, Schräubchen mit Beilagscheiben sind angebracht. Jetzt hält das Ding von selber wieder und wird schon mal nicht gekantet und geknickt. Tja, schauen wir mal, ob das jetzt so funktioniert, dass alles okay ist. Tja, dann mache ich mich mal dran, die Schrauben links rechts rauszudrehen. und Tja. Naja. Leute, das ist traurig, wie man mit dem Schätzchen umgegangen ist. Also ich werde tatsächlich noch versuchen, gucken die nächste Zeit, ob ich neue Verkleidungsteile organisiere. Aber jetzt habe ich mir zwei Blechle gemacht, damit ich sie unten einmal, ja, einfach auch fest spaxen kann. Der Rest ist auch alles bloß irgendwie fest gespaxt. Ach, hilft ja nichts. Ja, mit zwei Schrauben habe ich sie schon fixiert. Und so werde ich halt die anderen Schrauben auch wieder alle irgendwie reinjagen, die drin waren. Das war eh so ein kunter, bunter Kauderwelsch. Tja, was will man erwarten als äfter Besitzer und für ganz wenig Geld. Aber nichtsdestotrotz bin ich trotzdem soweit zufrieden. Also dann spaxe ich mal schnell weiter. Verkleidung dran, alles gut, wunderbar. Unten, ja, mit so einem Lochblechstreifen jetzt alles festgemacht. So, und jetzt fahre ich eine Runde. Dann war es das jetzt mit diesem Video und schauen wir mal, was es nächstes Mal gibt. Tchaikovsky. Tchaikovsky. Tchaikovsky.